Musik Auf geht's für den HSV zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Die Nationalspieler sind wohlbehalten von der Länderspielreise nach Hamburg zurückgekehrt. Der zweite Bundesligaspieltag mit der Partie gegen Hoffenheim kann kommen. Die Woche waren wir natürlich ein bisschen weniger Leute, aber trotzdem hat man gespürt, dass die Mannschaft auch wieder heiß ist aufs nächste Spiel. Ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft hungrig ist auf Erfolg, dass sie aus den letzten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht gelernt hat, der eine oder andere. Und ich spüre einen enormen Geist in der Mannschaft. Nach dem guten Saisonauftakt mit dem Unentschieden gegen Schalke zeigt das Stimmungsbarometer im Volkspark nach oben. Einziger Wermutstropfen, der Wirbel um die Vertragsverhandlungen zwischen Verteidiger Dennis Diekmeier und dem HSV. Hier beim HSV kann nicht jeder immer alles verdienen, was er sich denkt. Es gibt gewisse Grenzen. Es kann ja nicht sein, dass hinterher wieder sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird und wir hinterher dann sehen, wie wir klarkommen müssen. Sondern es gibt gewisse Rahmen, die versuchen wir einzuhalten. Da versuchen wir auch dran zu bleiben. Wir wollen diesen Spieler unbedingt halten. Ich bin froh, dass er gut drauf ist. Ich konzentriere mich auf die Spiele und nicht auf Vertragssituationen, genauso wie er sich auf sein Spiel konzentrieren sollte. Das hat er am letzten Wochenende. Also anscheinend stört ihn das nicht, die Situation. Für den Trainer zählt vorerst nur das nächste Spiel. Mit einem Sieg vor heimischem Publikum soll gegen die TSG 1899 Hoffenheim aus dem ordentlichen Saisonstart ein Guter gemacht werden. Hoffenheim hat hier nichts zu verlieren. Wir haben auf Schalke nichts zu verlieren gehabt. Jeder hat gedacht, wir würden auf Schalke untergehen. Das tat uns natürlich eigentlich ganz gut. Wir haben frech und mutig nach vorne gespielt. Natürlich will ich das jetzt auch. Ich glaube, dass wir im Spielaufbau noch ein bisschen mehr Platz haben. Ich glaube nicht, dass die Hoffenheimer direkt uns voll angreifen werden, sondern dass wir hinten gut draus spielen können und nicht so viel Druck bekommen wie gegen Schalke. In der letzten Spielzeit konnte der HSV beide Partien gegen die abstiegsbedrohten Hoffenheimer für sich entscheiden. Behalten Kapitän Raphael van der Vaart und Co. ihre Treffsicherheit bei, sollte das auch im ersten Heimspiel der neuen Saison gelingen. welcome back. einem aufen P Snowden Vielen Dank.